Herzlich Willkommen in unserem Restaurant Fischerhütte. Seit 2011 bewirten wir unsere Gäste und wenn auch dabei die leiblichen Genüsse nicht zu kurz kommen sollen, sind sie in unserem Hause genau richtig. Kommen Sie vorbei und genießen Sie ein paar schöne Stunden in geselliger Runde in schöner Lage direkt am Hafen, bei einem frisch zubereiteten leckeren Essen. Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Angebot. Von Fisch- und Fleischspezialitäten, Fischbrötchen, Muscheln und bis zur saisonalen Küche wie Spargel und Grünkohl bieten wir für jeden Gaumen etwas an. Auf Vorbestellung bekommen Sie bei uns auch leckere Haxen. Wir empfehlen uns auch für Familienfeiern, Events, Veranstaltungen und Feierlichkeiten aller Art bis ca. 40 Personen. Endlich eine Feier, auf der Sie sich mal entspannen und nicht um das leibliche Wohl kümmern müssen. Sollten Sie einen Wunsch haben, springen Sie uns an. Wir gehen gern auf die Wünsche unserer Gäste ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dann gibt es einen Hübet von B. Sie können die courts gelochen, Dinge nichtzukriegen vom BilMR geworden sein.